Theater an der Rott Wir feiern den 200. Geburtstag von Schack Offenbach mit einer ausgelassenen Operettenparty. Was gehört zu einer wundervollen Party dazu? Natürlich exzellente Musik und gute Stimmung. Das können wir garantieren. Schack Offenbach war ein Meister des Vergnügens und dieses Vergnügen und gute Laune stehen bei uns im Vordergrund. Schack Offenbach war aber auch der Vater des Genres der Operette. Er war gesellschaftskritisch, politisch und er war vor allem auch eines, witzig und irrsinnig frech. Denn mit der Musik Musik